Die Nummer 246, Emil Schumacher für Berlin 1957, dafür kann ich beginnen bei 90.000. Es sind geboten, 90.000, 100.000 sind ihr bereits, 110.000, 110.000, 120.000, 130.000. 140.000, 150.000, 160.000, 170.000 bei Frau Hausmann zuerst, 180.000, 190.000, 200.000 übers Internet, 200.000, 220.000, 240.000, 260.000, 280.000 am Internet, 300.000. Bei Frau Dr. Wichers, bei 300.000, 320.000, 340.000, 360.000, bei Frau Dr. Wichers, 380.000, 400.000, 420.000, 430.000. Nächster Schritt wäre 440.000 und 440.000 bei Frau Dr. Wichers, 450.000 bei Frau Hausmann zum Zweiten und 450.000 zum Dritten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.